Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Mal der Let's Play von Omnibus Avatar. Heute sind wir jetzt mit dem Solaris Urbino 18. Und zwar der alten Generation, das ist einer aus Berlin. Ja, wir sind auf der Map unterwegs. Neuendorf sollte man eigentlich kennen. Eine schöne kleine Karte, sag ich mal. Und ja, würde ich sagen, schwingen wir uns rein und fahren auch direkt weiter. Oder los. Wir fahren nämlich die Linie 302 von Eberplatz nach Bad Warmfeld. Genau. Würde ich sagen, geht es auch schon direkt los hier. Ich hoffe, von der Tonqualität her passt es aber auch. Sollte es ja eigentlich. Ähm, genau. Ich hoffe mal, dass die Ampel immer grün wird hier. Das ist halt immer, das sind denke ich mal diese Spando-Ampeln, die immer ewig lange brauchen. Oh komm, ich fahre jetzt los, weil sonst dauert sie noch ewig. Ja, das ist das Fahrzeug auch wieder kostenlos, als ob es die Webt ist. Von so wohl Ist der Und ja Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Ja, ich weiß jetzt nicht, wieso jetzt die Tür nicht zugeht, das wäre jetzt auch mal gut zu wissen. Deswegen. Ja, war ja klar, weil der Affe sich dahin drängeln muss, Junge. Ja, ansonsten, was gibt's Neues, an sich nicht viel. Ich versuche immer, eigentlich jetzt alle, also kann man sich echt gut bergen, alle fünf Tage mal ein Video rauszubringen. Äh, ja, deswegen ist irgendwie überhaupt noch was da ist. Äh, den nächsten Mal mal mit dem Lions Coach fahren. Äh, ich auch mal was cooles, mal was anderes. Ah, das könnte ja der Blick auch übelst schnell, weil ich den Bus da gerammt hab. Junge, Junge, Junge. Das kann net sein, ey, haltig. Ja, wir sehen, haben wir da auch noch unter den Linien den Werkverkehr stehen, also das können wir auch hier fahren, theoretisch gesehen. Das können wir auch mal machen, da fahren wir mit dem alten O3, O3-5 oder so, O3-5 Gelenk, können wir eigentlich mal fahren über Icarus. Da gibt's auch ein paar Varianten, könnte man auch mal machen. Das passt, denke ich, aber ganz gut eher. Äh, ja. Genau. Ich werde morgen mal auf jeden Fall ein Video rausbringen, also sprich jetzt morgen am Sonntag, den 26.02. Kommt nochmal ein Video, ich denke mal wird das Video vom Lions Coach rauskommen, was eigentlich ganz cool ist. Und, genau. Jetzt bin ich gerne mal auf jeden Fall. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.